hey okay was geht ab youtube wir gehen rein ehrenlose memes part 13 heute rausgekommen wir sind live auf twitch kommt gerne in den stream ich küsse eure herzen er kommt gerne in den discord und ja wir gehen rein bruder wette ist darf ich nicht mehr als fünf mal lachen 5 subs pro lacher wer du oder ich berry wurde jetzt abgesehen davon dass es auch lustig ist bruder diese szene damals wie ging es noch mal das war so krass ich weiß nicht ob wir aus dieser zeit kommt wo man so denkt ich habe so gefeiert das ist unglaublich habt so gefeiert bruder ich bin voll gegen die laterne geknallt alter versicherung wird so reinschallern junge hey du hast doch gesehen wie das ich bin nur gegen laterne geknallt auf einmal da liegt da ist okay ist okay ja war nichts besonderes ich lach nicht heute ich lach nicht oh mein gott weißt du was ich witzig finde nicht mal das mit dem auto sondern wie die gerannt ist die arme ich guck mal wie die gerannt ist bruder guck mal wie die gerannt ist der hat bestimmt geschrien aaaah mein auto das ist lustig ich weiß nicht warum bruder ich finde rennen voll lustig auch immer wo ich vor dem bullen weggerannt bin bruder mein gott ich weiß ich bin gefickt wenn sie mich kriegen mein vater anzeige gefickt zelle ich aber bruder wenn ich renne in dem moment ich muss einfach lachen ich weiß nicht warum bruder weil ich muss einfach lachen wenn ich renne ich bin einfach so ich lächel einfach immer wurde ich renne einfach ich lächle bleiben sie stehen sie hurensohn als maul ich lach einfach immer ich weiß nicht warum bruder aber hart sie hat ihr erstes auto vor einem monat von ihren eltern geschenkt bekommen wiiihihi wiiihihihi wiiihihi oh mein gott headshot wiiihihi wiiihihi ich weiß nicht wie mein vater Ich verstehe nicht. oh mein gott der hat reverse dance gemacht bruder der hat der zurückspul modus aktiviert der arme bruder oh mein gott bruder war erst reverse gemacht war la adribi gesenkt also für alle die es nicht verstehen der hat gedacht der imam sagt allahu akbar damit er in die nächste position geht aber hat er nicht gesagt und er ist schon in die nächste position gegangen und hat dann den reverse denkst oder alles zurückgespult wieder auf die ist jedem schon passiert oder mir auch ich war auf alles mir auch das war bei mir ist das mal passiert bei bayram gebet weil bayram gebet ist anders also man geht nicht direkt runter und ich bin aber und wo das war so peinlich geht zwar so peinlich bruder es war so peinlich bruder ja neuer physiotherapie technik neuer physiotherapie technik neuer physiotherapie technik was hast du hast du schweigert ok chill 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 ich muss mich echt konzentrieren ich lach so oft die Können wir den als Alert benutzen? Da gibt's kein Herz, das ist eine weibliche Puppe. Nimmst du mir Sachen? Nimmst du mir aufhören? Nimmst du mir beiden mal an? Nimmst du mir einen großen Weg? Engel, ich habe so eine krasse Idee. Entschuldigung, 20 Uhr ab. Beziehungsweise 19.30 Uhr. Lass dich überraschen. Ich kann auch nicht mit Stäbchen essen, Bruder. Wen nennst du überhaupt Großnase, Großnase? Ich kann einfach die Bahn nicht nehmen, weil ich einsteigen wollte und mein Airport da hingefallen ist. Ey, Bruder, meine AirPods, ich verliere die immer, Digga. Ich hasse das, Bruder. Warum können Airbus nicht irgendwelche Signale abschicken oder so, Digga? In diesem Airport konnte ich jetzt gerade nicht die Bahn nehmen. Können die? Wie? Bruder, meine Tochter nimmt sie immer und schmeißt sie immer weg. Die nimmt sie, die wirft sie hinter die Couch, die schmeißt sie ins Klo, die schmeißt den Balkon raus. Wo ist App? Ah, okay, krass. Dankeschön, Dreddys. Das ändert mein Leben, Bruder. Zeig dir nur die Adresse, nicht Zimmer an. Ja, Digga, dann bringt es mir auch nichts. Das bringt mir doch auch nichts, Dreddys. Meine Tochter nimmt auch nicht die AirPods und geht nach Köln, Bruder. Meine Tochter nimmt die AirPods vom Wohnzimmer und schmeißt sie ins Klo. Oder meine Tochter nimmt die AirPods und schmeißt sie unter das Bett oder hinter den Schrank oder so. Ah, okay, das ist was anderes, Bruder. Das ist ein Typical, Digga. Alhamdulillah. Warla wieder das zählt, mir. Warla das zählt. Bitte nicht so ein Witz. Warla das zählt. Ich kann nicht. Ey, wer bei sowas lacht, Bruder, Warla, das ist ehrenlos von euch, Dreddys. Nein, ich kann nicht. Ich kann nicht. Guck mal, wie die den reinschmeißen, Warla. Er warla lacht nicht, Dreddys. Warum lacht ihr, Dreddys? Digga, das kommt gar nicht gut von euch. Schämt euch wirklich, Digga. Er ist erlaubt, Dreddys. Ah, das war schon. Krass. Okay, nice. Er ist mit mir. Okay. Er ist mit mir.